Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Hex-It Und ja, das ist jetzt auch noch Ähm... Es kommt letzten Tag einfach keine Folge mehr, weil ähm... Sache einfach lag, dass ähm... Also eine keine Stadt grün gab Und wurden nicht hinzugefügt oder so Und das fand sich doof Und jetzt hat der Battlecrafter, ähm, gesagt, ähm, wir sollen erstmal in die Stadt gelb gehen Und dann werden wir einfach so lange in die Stadt gelb sein Äh, bis Team grün hinzugefügt wurde und dann werden wir bei Team grün Ähm, hingebordert oder so, ne? Wir wollen einfach mal in die Stadt gelb rein Jetzt haben wir hier so ein kleines Dorf Und es ist da gelb Und da oben hier Penguin Penguin Jo, geil Penguin Ähm, da haben wir... Pattern Chest Oh, das ist raus, die haben wir gleich ja machen Wenn ich irgendwas glaube, oder so So, ich hoffe, jetzt kann man auch in der Regel schon, weil ich jetzt die Spiele geguckt habe Einfach weil... ... drauf ist und... Angewohnheit Juuu... Wo sind wir denn hier? In welchem Blond? Da geht's Richtung Sporn dahinten Mal sehen, aber so eine schöne Fläche dahinten Oh... 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 Oh, ich hab überlebt Oh... 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 Ich tue es irgendwie wieder hoch Ich tue es irgendwie wieder hoch Ich tue es irgendwie wieder hoch Ich tue das... Oh... Oh, hier ist aber ein bisschen Erde fahren, Freunde Oh, es tut mir leid Es tut mir so leid Es tut mir so leid Ich hab meine Hühler nachgefallen Ich hätt so Glück gehabt, dass ich nicht gestorben bin Dann hätte ich nicht mehr... Das hätte ich morgen ja auch filmen können Und... Ja... Ich werde ein bisschen Dirt halt besorgen, ganz klar, Freunde Und... Ganz viel Dirt Die Dirt wie Milch, damit ich ja schon da hochkomme, oder? Ich habe auch Troll Pacek wieder Ein früges Tag, ey Er ist nachher ganz schlecht So, das ist auch nicht recht am Dirt Natürlich an der Stelle suchen, wo ich jetzt nicht Pferdebränder zu bieten Oh, da vergesse ich auch Jetzt habe ich aber nicht mehr sterben Jetzt habe ich kein Essen Ich muss mir jetzt mal ein paar Tiele Farben geben Es tut mir so leid, Freunde Ich mach mal wieder nach oben Das freut mich Ja, ist klar Ich werde hier auch keine Scheiße bauen, oder so Ich habe mir eigentlich, glaube ich, eins erwischt Ich glaube, das sollte reichen Ganz Screenshirts Oh mein Gott, ey Eineinhalb Herzen Das muss ich jetzt hier durchladen Was ist denn hier für ein Biom? Arsch So, von bei uns und Plenty's sagen Na, wir schon Oh, ich habe kaum Plenty's verziehst du mehr zu essen Ach, du Freunde Ach, du Freunde, was hast du denn mit dem Wort? Ach, du Freunde Wir brauchen Essen Und das ist nach ein bisschen Schnapp, was ist denn scheiß wie jung hier, ey Hier macht man auch wieder Probleme Ich glaube, ich kann auch die Aufnahme zu Ende bringen Ich bin gleich in ganz was dabei Ich hoffe es Ich hoffe das hier ohne dass es aus mir abstürzt Oh, Freunde Das war so kein Spaß Ich würde sagen, ich brauche mir hier kein Haus in gelber In der gelben Stadt Weil wir werden wie so bald umziehen Und da ist es eigentlich schon unnötig Wenn wir die Materialien zusammen suchen Dann Haus bauen Und dann wieso wir umziehen Also würde ich sagen Ich brauche ein bisschen Erkundung Wenn man in dieser Stadt gelb hier Und sogar kein Vielleicht kann man das irgendwie verarbeiten Vielleicht kann man das irgendwie verarbeiten Ja, gerne Super raus Ähm Was ist das denn hier annehmend? Okay Oh, oh, da wird jetzt gedrückt Shapeless Crafting Dort Was ist denn dort raus? Was ist das denn? Hm, komisch Was soll das denn? Hat die mir keinen Sinn? Nö Wieso sollte man sich dort verarbeiten? Weil wir haben so viel Mots hier drin Da können wir nicht möglich Das heißt, was haben wir hier die Weltklasse erreicht? Lotus Lily Oh, ich trau mich grad hier in das Moor doch reinzugehen Hier Ja, ja, die Overlay packt auch Ach, du Scheiße Shit Oh shit Tja Das war's Das war's Ohhhh Ich bin tot Ohhhh Freunde Ich würd sagen, ich kann komplett vom Morgen keine Folge kommen Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ist ja auch klar, weil die Mobs sind nicht einfach total hart Mit den ganzen Böken und so Und wenn da keine Lust sind, kann der einfach einfach verloren Auch wenn man Mit eineinhalb Herzen rumläuft Ich hätte es vielleicht geschafft, wenn ich nicht die Schlussgruppe einsehe Ich hätte auch kein Essen gehabt oder so Kein altiges Essen gesehen Das ist natürlich doof Ich würd sagen, dass das dann gewesen ist von dieser heutigen Folge Mal das Wechselt Also wieder Moor Keine Folge kommen, weil Es diese strenge Regel gibt, wenn man steht, der Kontakt auch nicht aufnehmen Und Ja Halte mich natürlich dran, damit ich Aus dem Moor geschmissen werde Und ja Genau Ich glaube, ich war aus dem Ziel von Ihnen raus Aber wenn euch diese Folge gefallen hat Dann lasst eine positive Bewertung klar Abonnier vergessen Und tschüss